Die Ursachen und Bedingungen unseres Lebens halten uns im Leiden gefangen. Ich habe den Großteil meines Lebens in einem Zustand der Nicht-Achtsamkeit verbracht, den Zustand der Unachtsamkeit. Welch eine Freude ist es zu erwachen. Denn in Achtsamkeit leben heißt erwachen. Wenn ich morgens aufwache, werde ich manchmal vom Leiden verzehrt und bin voller Angst, voller Zweifel, voller Scham. Doch dann empfinde ich diese Scham als Glocke der Achtsamkeit. Ich atme ein, ich atme aus und bin dankbar, dass es mir möglich ist, mit diesen Empfindungen in Berührung zu kommen, eine andere Art von Beziehung zu ihnen einzugehen, andere Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Wenn ich in Unachtsamkeit lebe, habe ich keine Wahl. Meine anerzogene Natur entscheidet an meiner Stadt. Wenn ich weiterhin in Achtsamkeit lebe, habe ich die Chance, wie stilles Wasser zu werden. Ich bin es noch nicht. Es gibt viele Zeiten, in denen ich von der Wut und der Gewalt der Gesellschaft berührt werde und ich reagiere. Ich habe diese Saat noch immer in mir, doch ich habe gelernt, nicht so streng mit mir zu sein, denn ich kann zu meinem Atem zurückkehren. Ich muss nicht auf einem Weg voranschreiten, den ich als selbstzerstörerisch erkannt und erfahren habe. Ich kann meine Angst, meine Trauer, meine Wut, meine Verwirrung spüren. Ich kann sie spüren, ich kann sie berühren, ich kann sie betrachten, ich kann sie an die Hand nehmen. Wir müssen nicht unbedingt in einer Meditationshalle sitzen, um zu atmen und zu meditieren. Wir können auf einem Kissen sitzen, bis wir steinalt sind. Wenn wir nicht zutiefst achtsam atmen, meditieren wir nicht. Achtsamkeit bedeutet nicht, Buddhismus zu studieren oder andere Formen von Meditation. Es ist eine Erfahrung, die wir hautnah machen. Es ist die Art, wie wir sind. Die Art, wie wir leben. Wenn wir in Achtsamkeit leben, wird jede Handlung in unserem Leben eine meditative sein. Ich lade Sie ein, zu üben, achtsam zu leben. Seien Sie sich bewusst, dass Sie atmen. Seien Sie sich Ihres Denkenden selbst bewusst. Seien Sie sich Ihres Fühlenden selbst bewusst und seien Sie sich Ihres Sensorischen selbst bewusst, Ihres Riechens, Ihres Schmeckens, Ihres Sehens, Ihres Hörens, Ihres Tastens, selbst des Gefühls der Kleider auf Ihrer Haut in diesem Augenblick. Seien Sie sich all dessen bewusst, der Natur Ihres Selbst und allem, das um Sie herum geschieht. Kommen Sie damit in Berührung, erfahren Sie es im gegenwärtigen Augenblick. Wir alle sind wie Steine. Wenn uns jemand aufhebt und in einen See wirft, werden die Kreise den See füllen. Wenn wir in Unachtsamkeit leben, in Achtlosigkeit, wird unser Leiden den See füllen. Doch wenn wir in Achtsamkeit leben, wird unsere Heilung den See füllen. Ich muss die Dinge anders tun. Aber ich kann mich nicht in eine neue Lebensweise hineindenken. Ich muss mich in eine neue Denkweise hineinleben. Ich unternehme nicht den Versuch, im moralischen Sinne des Wortes gut zu sein. Ich versuche, ein Leben des Dienens zu führen und zu tun, was sich als positiv und nützlich enthüllt. Die Richtung, in die dieses Dienen geht, besteht darin, anderen Menschen zu helfen. Denn ich wäre nicht hier, wenn andere Menschen mir nicht geholfen hätten. Es ist das Weitergeben dessen, was mir so großzügig gewährt wurde. Ich begann zu entdecken, dass die Wiedergutmachung für mich darin besteht, dazu beizutragen, dass die Gewalt in der Welt, die ich verursacht habe, verringert wird. Ich beschloss, Mönch zu werden, um das Leben zu feiern, nicht um mich vor dem Leben zu verstecken. Ich beschloss, nicht in einem Kloster zu leben, sondern der alten Tradition der wandernden Zen-Battle-Mönche Asiens zu folgen und bewusst und sichtbar in der Welt zu leben. Diese Transformation ist wichtig, weil ich Verantwortung dafür trage, für den Vietnam-Veteranen, der ich bin, zu leben und zu heilen. Ich trage Verantwortung dafür, den Kreislauf des Leidens in mir selbst nicht länger fortzuführen. Wir tragen Verantwortung dafür, zu heilen, damit der Tod all derjenigen, die je in irgendeinem Krieg gestorben sind, nicht vergeblich war. Denn durch ihren Tod erlangen wir die Verantwortung, zu lernen und klar zu erkennen, dass Krieg und Gewalt in jedweder Form niemals eine Lösung sind. Dass Krieg und Gewalt in jedweder Form nicht zu Frieden führen. Der Tod der anderen trägt also in dieser Hinsicht zu unserer Heilung bei. Wenn der Krieg hier in uns ein Ende findet, findet Krieg ein Ende. Wenn ein jeder den Krieg in sich beendet, gibt es keine Saat mehr, aus der Krieg erwachsen könnte. Die Yen